So, und das wird wahrscheinlich für heute der letzte Part werden, weil ich langsam dann tatsächlich doch müde werde und bevor die Konzentrationen nachlässe, ob ich dann nur noch faile, machen wir das nicht mehr. Wir gehen zurück nach alt-yamanamanababam, yamadabadai, yamadabadu, weil wir wissen ja jetzt, wo wir lang müssen, also wir wissen jetzt, dass es da noch einen Weg gibt, zumindest, ansonsten würden wir langsam tatsächlich, glaube ich, die Wege ausgehen. Ja, ich glaube, wir würden die Wege ausgehen, weil so viel Unerkundete, das haben wir eigentlich nicht. Ich wüsste auch gerade überhaupt nichts, was wir so wirklich Unerkundetes haben. Das ist ein bisschen problematisch. Also ich behaupte eigentlich mittlerweile so ziemlich fast alles erkundet zu haben, welche in den Gebieten, in denen wir waren. So, jetzt haben wir hier natürlich noch auf jeden Fall was Neues, denn wir haben das hier. Okay, der ist auch nur einmal da, das ist also wie genau wie die Lizards, also es ist... Ich bin ein Retard. Ja, können wir später noch holen, wenn ich's nicht vergesse. So, ich nehme an, wir müssen in diese Richtung. Nein, ich nehme an, wir müssen diese... Nein. Wait. Moment, du willst mir erzählen, hier geht's gar nicht lang? Moment. Öffnet sich nicht von dieser Seite? Okay, wollte mich verarschen. Ähm, hä? Wait. Hier geht's doch nicht lang. Okay, Moment, ich bin verwirrt. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Der Sprung nach unten links ist tot. Moment mal. Okay. 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 Könnt ich ja bitte wieder hoch? Okay, komm ich nicht. Dankeschön. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht wohin. Absolut nicht. Also hier ist eine Tür, die wahrscheinlich nachher ein Shortcut ist. Aber ich weiß nicht. Nö. Ich bin gerade ein wenig tatsächlich überfragt. Mittlerweile ist sogar das gesamte Blut von meinem Stein abgetropft. Wollte du nicht mit mir machen. Dann haben wir Stein. Gut, dass ich so schlau bin. Ihr habt Angst vor dem Feuer. Oh mein Gott. Die Dinger haben Angst vor dem Feuer. Okay, der auch wieder nicht. Vergesst das wieder. Doch. Ich habe Angst vor dem Feuer. Wie geil ist das denn? Okay. Ich töte jetzt alles, was ich hier finde. In der Hoffnung, irgendwie einen Weg zu finden, wie ich weiterkomme. Ich habe irgendwo, irgendwo eine Leiter. Ich habe Feuer übersehen. Ich habe irgendwo eine verdammte Leiter übersehen. Das muss, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwo eine verdammte Leiter übersehen. Hier, ich verbrenne. Also ich meine, ich habe irgendwo eine verfluchte Leiter übersehen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. So, hier komme ich mit der Leiter runter. Ja, das machen wir aber jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt mal wieder den langen Weg. Einfach, um nochmal genau zu gucken, ob ich irgendwo irgendwas versehen habe. Zum Beispiel hier einfach den Grill anzünden oder so. Okay. Dann nicht. Also ich bin gerade... Also irgendwas, ich meine, da ist ja so viel Zeug, dass ich... Ei, da muss ja irgendwas irgendwo sein. Also ich verstehe jetzt gerade nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen blind, ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach nur blühen. Ne, lass mal. Gerade nicht. Ich bin 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 gerade nicht. kann man nicht weiter geht nicht der versteckt sich absichtlich hinterm ja ja ich weiß es einfach Feuer ist echt ganz praktisch eigentlich also der Fakten hier rumzulaufen ist echt geil oh haben wir das vereinfacht vieles also ich meine nicht dass es jetzt hier sonderlich schwer wäre aber das vereinfacht dann halt tatsächlich doch nochmal einiges das ist ganz geil oh hallo wie viele von euch sind denn hier haben wir schon wieder 4000 Seelen da komme ich nicht rein okay da muss irgendwas in der Kathedrale sein hier haben wir alles versucht da ist nichts es muss irgendwas irgendwo in der Kathedrale sein irgendwas muss ich da machen ich bin mir da relativ sicher ich muss irgendwas muss ich da machen wie wäre es mit einfach hier weitergehen nicht wirklich zum Glück bin ich nicht blind kein scheiße so einfach kann man den Weg übersehen so einfach kann man einen Weg übersehen gibt mir mal was zum upgraden please drei Blutstandscherben dankeschön das sieht aber auch schon wieder nach einer Art Bossfight aus oder ne noch nicht okay Blutcocktail oh Wölfe wenn da einer weg geht kann ich mich um dich kümmern gut Dankeschön jetzt haben wir da hinten aber noch einen Wolf den möchte ich mal eben weg haben bevor der gleich wiederkommt und mich überrascht oder so der ist weg Gott bin ich schlecht öffnet sich nicht von dieser Seite wer hätte das gedacht naja klar dass ich das nicht von dieser Seite öffne ist das eine Leiter? ne pure Einbildung hier ist keine Leiter schade ja gut dann können wir hier klopfen oder so klingeln Klingelstreich oder so irgendwas niemand würde uns aufmachen mhm gehen wir erst nach links verbaumelt was Bestienbluttablette oh shit das ist ein bisschen asie muss ich gestehen was ist denn eine Bestienbluttablette die kurzzeitig Bestientum fahrt okay was ist denn Bestientum was ist denn Bestientum wäre ich dann auch zur Bestie so wie der Typ auf dem Friedhof und kann dann einfach alles zerbersten Hallöchen Hallöchen hier sind wir ein paar zu viele Wölfe die mir nichts droppen ich meine nicht nur dass hier Wölfe kommen als Gegner sondern die droppen auch noch und jetzt was ist das denn für eine Scheiße und ich bekomme noch mehr Gegend Hallöchen keine Ahnung wo ich hier bin aber das ist auch wieder was positives weil das heißt wir sind auf jeden Fall im Ort wo was Neues ist nicht wahr aber ich nehme an wir schalten relativ bald wieder irgendeine Abkürzung frei aber klar überall wo eine Seele ist es auch irgendwo irgendwas versteckt was dich töten kann das ist eigentlich eine ungeschriebene Regel von Souls Spielen oder von Bloodborne okay ist nichts schade eigentlich tada und hier ist meine Abkürzung von der ich geredet habe lass mich raten wo ich bin ja war klar okay nette Abkürzung die haben wir jetzt auch entdeckt dankeschön wunderbar ja war klar dass wir irgendwo eine Abkürzung finden es war irgendwie es war klar dass wir irgendwo eine Abkürzung finden jetzt haben wir sie das ist gut da können wir weitergehen so der Wolf von eben wird doch was getroppt wie spät ist denn der Drop da angezeigt worden bitte kommt da auch was rausgesprungen hallo heute nicht kommt hier was rausgesprungen bestimmt mal klar ja dieser Nebel ist da um Gegner zu verdecken der macht der Nebel nicht man weiß eigentlich quasi wenn man sich das einmal bewusst macht weiß man eigentlich okay hinter dem Nebel warten öfters mal Gegner dann ist man darauf halt mehr gefasst natürlich muss ich mich raten von oben kommen gleich Gegner die dann hinter mir sind hallo Hund Wolf meine ich tschuldige ist ja stärker als die anderen wo ist der der Wolf ist durch den Boden gefahren geil na super kein Loot für mich wäre auch zu schön gewesen wir kriegen mal wieder Quecksilberkugeln was ist das denn wie gütig seid ihr denn was sehen meine Äuglein da das jetzt ein bisschen zu voreilig war und ich hier irgendwas übersehen habe aber ja ich würde hier auch jetzt übersehen Zeichen des starken Jägers lass mir eben ganz kurz gucken ist das das was ich glaube was das ist neuer Wachen ohne Blut ich glaube das ist sowas wie ein Heimkehrknochen also wurde mir wurde ich schon bestätigt das ist tatsächlich das was ich vermutet habe eine Art Heimkehrknochen bei dem einen verliere ich halt sehen bei dem anderen nicht uuuh das sieht nach Boss aus uuuh das sieht nach Boss aus uuuh und wie das nach Boss aussieht äh 17 Flakons 17 Blutruhnen oder wie die die heißen kann man mal machen den Bob hallo was sagt war da nicht gerade ein Gegner oh shit da sind noch mehr Blutfiode Entschuldigung also das hier sieht ja wirklich tatsächlich Hardcore noch Boss aus deswegen killen wir nochmal eben alles was hier ist ist hier noch irgendwas noch irgendwer am Leben nein nein gut mit bisschen du okay bist du die Spinne bist du ein Skorpion was bist du will ich wissen was du bist ach ja komm das ist eh ein Boss also ich nehme stark an dass das ein Boss ist ja also so wie der Raum hier aufgebaut ist das ist auf jeden Fall ein Boss das ist eine Spinne oder das ist die Spinne das ist nicht die Spinne das ist die Spinne ne das ist keine Spinne das ist irgendwas süßes und hat merkwürdige Lachen ich will immer mein Schild hochhalten das kannst du ziehen hallo hab ich aus dem Target verloren ach ich muss umgreifen dankeschön du bist dann zu sehr auf dem Target was zum Teufel also entweder bist du doof oder ich sag das nicht zu früh sagen weil ich sag's erst wenn ich dich für das Schild hab du wirst nämlich glaube ich grad schnell wow wow ich bin jetzt mit dir bist du zum Rampage Mode oder was wow bist du tatsächlich holy shit wow hallo Rampage Mode mal irgendwann vorbei oder bist du live zuerst das ist ekelig wenn ich das so sagen darf also nicht persönlich nehmen aber irgendwie hab ich das Gefühl der zielt gar nicht auf mich der blöde oh der ich hau mich selbst noch ziel rein wow okay das war nicht schön Moment Moment ähm wartet nochmal Moment Moment Gegengifft da ist es Stopp Stopp wow 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 ist halt jetzt alles andere als da wieso bin ich immer noch vergiftet achso ich bin wieder vergiftet wa shit bin ich jetzt nochmal vergiftet Moment chill mal bitte ganz kurz auf dein Leben du gehst mir grad echt auf die Nerven ne würde sehr friss oh shit oh shit nein nicht schon wieder nur ist das hier auch zum gegengifft lassen heilige scheiße also langsam wird der anspruchswort aber erst zum ende hin vor allem wegen diesem ganzen Splatter Zeug also wegen dem ganzen Spitz Dingen zielen ich muss beschissen ich darf nicht bei dem wow wirklich das ist Gott mir nicht schlecht Na ja, du warst jetzt, na ja, ne, also zum Ende hin wurde es ein bisschen nervig, weil du super viel Gift versprüht hast, aber ansonsten warst du eigentlich eher, na ja, okay, but nice, okay, wir haben den geschafft Wollen wir uns kurz gucken, ob hier irgendwas weitergeht oder so Ein Gegengift, dankeschön, das ist ja lieb, das ist ja echt lieb, dass ihr mir jetzt hier noch Gegengift gebt Ähm, war das alles hier, dann weiß ich nicht, wo weiter es gehen tut Ähm Ich weiß nicht, wo es weitergeht, wenn jetzt der letzte Boss hier war Dann habe ich gerade, ehrlich gesagt Gerade keine Ahnung, wo ich weiter muss Kann mir dir jemand sagen oder so? Hm Ähm Ich weiß es tatsächlich nicht Willkommen daheim, gute Jägerin, was wünscht ihr? Ich möchte erstmal bitte Ähm Mein Ding ist wieder aufleveln Ähm Vitalität einmal, Geschick einmal und Stärke einmal Und reden Im Laufe der Zeit haben unzählige Jäger diesen Traum besucht Die Gräber hier erinnern an sie Es scheint alles schon so lange her zu sein Lebt wohl Ähm Ich verstehe nicht Verwende den Ritual Verwende den Ritual-Altar Um ein Kelchverlies mit einem Kelchritual zu erstellen Oder nach Kelchverlies und Verleger ein anderer Ritual Ach ist das dieses Ah Ne, 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 ne Ich verstehe Das ist Nein, das ist was ganz anderes Das ist dieses Ähm Es gibt eine Art Dungeon-System in Bloodborne Wenn ich mich recht entsinne Ähm Wodurch ich Ähm Wo dann immer zufallsgenerierte Dungeons kommen In den zweiten Slot kann ich immer noch nichts reinpacken Aber den ersten halt ganz viel Okay Ach so, ich wollte eigentlich noch gucken Ob ich die aufhörten kann Zwillingsblutsteinscherbe Okay So weit habe ich nicht Ähm Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade kurzzeitig nicht wohin Ich gehe nochmal ganz kurz Zurück Aber ich weiß gerade nicht Wohin Was habe ich denn da gerade bekommen Diesen Kelch habe ich bekommen, ne Gebet Petumero Ritual Ritual Kötter der Kirche des guten Kirches Verwende ihn Ritual Im Geruftalter Im Traum Des Jägers Und bricht das Siegel des alten Untergrundlaborants Muss ich das als nächstes machen Ist das gewollt Ist das ein Muss Oder Ich verstehe nicht ganz Wo können wir denn ansonsten noch hin Wo wir noch nicht Wo wir noch irgendwas haben Doch Es gibt einen Weg Aber da komme ich ja nicht weiter Ähm Wo wandert Äh Das müsste in der Kirche sein eigentlich Kathedralenbezirk Da war noch was Im Kathedralenbezirk Aber der Punkt ist Ich weiß nicht Wie ich da weiterkomme Weil da ist eigentlich zu Obwohl Moment Ich habe gerade eine Idee Aber wohl Die Idee ist Schwachsinn Ja ich gebe es zu Die Idee ist Schwachsinn Hm Okay Die Ladezeiten sind teilweise Da doch noch ein bisschen länger Was wäre dann da Moment mal Hier geht es auch lang Ne hier war zu Moment mal Hier war zu Warum ist es jetzt offen Moment Warum ist es jetzt offen Oh shit Ja Was So ein Geier Okay Die Truhen sind hier tatsächlich Relativ selten geworden Kommunion Was Ach hier ist jetzt diese andere Rune oder was Okay Interessant Gut hier machen wir beim nächsten Mal weiter Bis dahin wir schon ein bisschen Ich werde das Ich werde das